Achtung, Achtung, Leute, blitzschnelle Änderung. Das ist mir heute erst aufgefallen. Mein Team-SSBB-Aufnahmetag, mein Zeitraum, fällt in meine gewechselte Schicht rein. Ich hatte jetzt, ähm, Donnerstag habe ich gesagt bekommen, ich habe an diesem Wochenende Spätschicht. Und dadurch fällt das jetzt total rein. Und ich kann nicht, während ich auf der Arbeit bin, aufnehmen. Das ist, denke ich mal, klar. Aber deswegen werde ich für heute, Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. Ab 21 Uhr, also um 21 Uhr könnt ihr mich anschreiben in Skype, ähm, werde ich dann von 21 Uhr bis 22 Uhr Aufnahmen machen. Also heute und morgen. Damit das schon mal klar ist. Also heute, Samstag, 18. und morgen, äh, Sonntag, der 19. werde ich zwei Aufnahmen machen. Also Aufnahmen. Zwei Stunden insgesamt. Was, ähm, was ich halt nur brauche ist, ähm, dass ihr euch unter diesem Video nochmal anmeldet, dass ihr bestätigt, dass ihr da könnt. Dass ihr dann dazu schreibt, wer euer Teampartner ist, damit ich dann auch gleich weiß, so einen kleinen Überblick, aha, der ist es. Ähm, ja, am besten noch, ähm, wer mich noch nicht hat, in Skype, ich Skype-Eddie da drunter schreiben, dann adde ich euch in Skype. Ich werde das so machen, dass ich die Liste von unten nach oben durchgehen tue und mir, ähm, einfach alles angucke. Ihr schreibt aber am besten auch dazu, welchen Tag ihr könnt. Wenn ihr sagt, Samstag und Sonntag, dann könnt ihr Samstag und Sonntag. Ich werde dann, ähm, euch wie gesagt in Skype anschreiben. Gut, wer mich schon in Skype hat, der meldet sich einfach um 21 Uhr und ich sag euch dann, ob ich für diesen Zeitraum jetzt genug oder zu wenig Leute hab. Also wenn ihr, wenn noch zu wenig sind, das heißt, ihr könnt dann, ähm, entweder sofort dran, weil ihr die Ersten seid, oder ihr seid dann die Nächsten, weil ich nicht so viel gerade habe. Und das andere ist halt, wenn es halt am Samstag jetzt zum Beispiel zu voll wird, dann muss ich euch auf den Sonntag verdrösten. Gut, das war meine schnelle News, die zwei Minuten ein bisschen mehr gedauert hat, ähm, ja. Tut mir leid, dass ihr das so kurzfristig erfahrt. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß.